Leute, ich krieg immer die Frage, lohnt es sich noch mit SOD anzufangen? Tut es. Ab nächster Phase wird es einen 50% XP-Boost geben. Bis Level 25. Also ihr könnt super, super schnell hochgrinden. Dann könnt ihr Blackfathom-Deeps laufen, den Raid, der auch noch XP bringt. Und den Werdbach-Pol nun reinbauen. Außerdem diese Wayland-Supplies. Darauf wollte ich hier... Darauf wollte ich eingehen. Diese Wayland-Supplies sind diese Dinger. Das sind neben dem XP-Buff, den es geben wird. Kann man die hier irgendwie sehen? Vielleicht habe ich ja noch so ein Ding. Es sind diese Supply-Dinger, die ihr Open World sammeln könnt. Und die könnt ihr in Donnerfatz abgeben. Für diese Shipments. Und diese Season-Kisten. Yo, Tonka. Zweiter Monat Prime-Sub. Danke für den Support. Hast du den Prime? Hau ihn rein. Nein. Danke, danke. Die werden XP geben. Ab nächster Phase. Sie haben explizit gesagt, es wird mehr XP geben für die Kisten von 25 bis 40. Ich bin mir aber sicher, die unter 25 werden auch mehr geben. Ich weiß jetzt nicht, ob sie mehr XP geben ab Level 25. Auf jeden Fall, was ich machen werde. Ich denke, ich werde mir einige zusammenfahmen. Mein Problem ist leider, ich habe keinen Platz dafür. Aber es wäre schon geil, wenn wir so 50 Stück farmen würden oder so. Wäre interessant. Und damit kann man wahrscheinlich dann ein bisschen reinleveln. Ja, ich habe leider keinen Platz, Leute. Also meine Taschen sind voll. Auf jeden Fall wird es einfacher zu raiden. Wenn ihr noch nicht wisst, welche Klasse ihr spielen wollt, spielt einfach ab nächster Phase einen Twink hoch. Wird sehr, sehr schnell gehen. Genau. Ashenvale Drums. Ashenvale Drums, die ich jetzt gerade hole. Kann ich gleich mal zeigen. Und der World Buff aus BFD gehen ab Level 40 nicht mehr. Das ist vorbei. Das ist dann weg. Aber bis zu dem Level kannst du auf jeden Fall mit World Buff Level. Wirst du... Also ich denke, meine Idee wird sein, die nächste Phase. Wir werden... BFD Raid. Und dann Dungeon. Ich denke, das ist der Play. Also erstmal hier ein Quest Prep. Dann ein BFD Raid. Und nach dem BFD Raid geht man in den Dungeon rein. Weil der BFD Raid gibt ja XP. Und dieses Item kann man immer noch bekommen, was wir gerade holen hier. Die Trommeln hier. Die sind erst da, wenn das Event zu Ende ist. Auf jeden Fall kriegt man hier diese Trommeln. Die geben dir 5%... Äh, 5% Damage Buff und Healing Buff. Die gehen nur bis Level 39. Also Gnome Regan Raid wird... Weniger World Buffs haben. Aber... Es gibt auf jeden Fall mehr XP. Nächste Phase. Schöner XP Boost. Also Mage Boosting glaube ich nicht, dass sie was dagegen machen. Sie haben es glaube ich in SOM gemacht. Obwohl, wenn ich ehrlich bin... Ich meine, jetzt haben sie GDKPs gebannt. Naja, ziehen und Boosting. Also Boosting ist halt schon... Also sie haben schon mal was dagegen gemacht. Gegen Boosting. Also kann es sein, dass sie wieder was dagegen tun. Ja. Mal sehen. Guten Tag. Töne. Töne.